So Leute und Willkommen zu einem weiteren Part. Der Kampfschrei hat den Part eingeläutet, wir sind hier bei Mutter! Mutter? Keine Ahnung, Mutter irgendwie. Willst du irgendwas wieder mitnehmen? Einen Hund. Den weißt du noch? Gibt es noch einen Vogel? Nein, es gibt nur einen Hund. Es gibt auch dickere Stampfattacken. Echt? Das kostet aber Money. Das kostet ja Geld. Ne, also die Schnüffel ist nicht da drin heute. Der kostet doch 500! Geizkragen! Ich wollte tauschen! Toll, ey. Du hast du das voll verkackt. Mutter, Glückhuhns Schloss. 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 Glückhuhns Schloss! Ihr habt wohl ein Haar vergessen. Glückhuhns heißt es auch. Ihr habt immer Haar vergessen. Für was? Da! Bitte! Kein Ding! Dankeschön! Kein Ding! Aua! Oli oi, Susanne! Ich bin da hoch! Geh da rein! Du bist nach oben! Du hast dich gerettet! Weeeee! Nach oben! Ja, hier! Oh Mann! Nach oben! Guck mal, ich bin jetzt oben! Oh! Ha! Danke! Oh, das ist kompliziert! Der macht voll die Wolken! Das ist ein geiles Feature! Ja, eh! Du kannst drauf stehen bleiben! Oh! Ich bin schon! Der sieht voll besoffen aus! Ich bin tot! Ey, ob ist irgendwas? Ey, ob ist irgendwas? Ey, bis auf was Maximus komm mal her! Ja, läuft da hoch! Ich wollte dich eigentlich da hochschmeißen, aber da ist ja gar nichts! Doch, da ist eine Treppe! Ja! 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 Ja, wenn du nicht mitfliegst, dann geht das nicht! Ja, jetzt bin ich ganz tot! Wollen wir mal eben stehen! Ja, jetzt hast du wieder... Ne, du hast gar nicht volles Leben! Den lenkt sich gar nicht, Bruno! Muss schütteln! Ey, wie ist das in meinem Leben so wenig? Weiß ich nicht! Du musst dich einmal töten lassen! War ich doch grad! Ne, du warst dann ganz tot! Da! Volle Knäuel! Leben! Alles einsagen! Ist nix! Boing! Das sind Münzen! Oh, wow, 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 wow! Oh! Ja, was gucken wir mal! Also immer nur noch ein Mini-Leben! So, jetzt hinterher hier! Ach, nee! Oh, ich bin nicht ganz tot! Oh, ich bin nicht ganz tot! Ich auch! Oh, das haben wir voll verpasst, oder? Guck mal, wie gut ich bin! Ja! Ich hab jetzt hingefallen! Hörst du mal auf, du hässlicher! Beleidige bitte nicht jeden Gegner! Du bist echt schlimm als Fab! Wieso? Ja, der sagt auch zu jedem Gegner Mist geboren oder so! Hier ist ja auch ne Scheiße hier! Hilfe! Stopp! Nein! Spiel Stopp! Wir haben damals immer Super Mario World gespielt für den Super Nintendo, das ist so ähnlich, ne? Bloß, dass man... Ne, damals hat man sich immer abgewechselt, da! Das ist ja ne Super Nintendo! Wo man das Ding reingemacht hat und dann immer gepustet hat! Was? Ist das ne Super Nintendo? Oh, fuck! Ich hab mich gerade selbst irgendwie getötet, glaub ich! Lauf dann daher! Lauf dann daher! Lauf dann daher! Gut! Ich rette mich irgendwie! Okay, ich weiß nicht wie, aber hier, ne Wollknäuel! Ich hätte ihn doch le... Auflecken können! Ja, guck mal, ich sterbe hier an einem elendigen Tod hier in der Pippi! Ich warte eben! Hier am Pupsmeer! Oh, die seh süß aus! Weiter geht's! Weiter geht's! Kurierst immer noch nicht ins Mikrofon rein! Weiter geht's! So! Ist hier hinten irgendwas, das sieht verdächtig aus! Oh, ein Geschenk! Für mich! Ja! Eine Blume von Mandi! Von Mandi! Guck mal, das sind gelbe Kükchen! Toll! Ey, hier, da oben! Da oben! Ach so! Wie lenk ich? Ach so! Ach so! Wieder Herzen! Brauchst du die? Nö, nimm du! Oh mein Gott! Was ist das? Ein Huhn! Wie nennt sich das Ding? Gockelbockel! Oh mein Gott, das kann man kaputt machen! Siehst du, hast deine Schale kaputt! Ja, hab ich kaputt gemacht! Äh, wie komm jetzt oben hin? Äh... Weil ich hab ne Idee! Da oben leuchtet was! Du hast es geholt! Also gut! Der verzähl ich schon eins! Verzähl ich schon eins? Ja, und zweites! Zurück! Wir kommen nicht mehr zurück, da ist eine Tür! Klar! Wie denn? Durch die zugetackerte Tür da? Das ist schade! Ey, und Mariko wollen wir mal zurückgehen! Ne, wenn man durch ne Röhre ist oder so nicht! Na komm, ich bin ein fahrendes Auto mit einem Geschoss! Neee! Da ist so ein Wollknoll! Leider bringen ja die Wollknoll nichts, wenn man einen schon vergessen hat! Da ist ein Gockeldockel! Ey, der hat mich umgebracht hier fast! Ich kann's doch einfach mit dem Ei abschießen, dann sind sie sofort kaputt! Ich hab auch kein Ei! So bleb! Jetzt haben wir drei! Ich seh' gar nix! So fliege ich auch! Nun brauchen wir jetzt auch nicht mehr! Ich brauch ganz viele! Nein! Oh fuck! Ich hab' nicht mal getroffen! Ich nehm' alle, ne? Wieso haben wir es zugegeben? Warte! Lass mich bitte raus! Wo bist du denn? In dein Maul! Oh! Ja, was kannst du dir eins sagen? So ist hier die Blume? Ja, wie kriegt man die? Ding! Hier lang! Ich glaub' die verstecken irgendwas hier hinter! Ja klar, da unten kannst du durch! Hörst jetzt mal auf, damit siehst du! Ah, passt sich! Wo bin ich? Du! Ich bin gar nicht durch! Jetzt bin ich durch! Aha! Guck mal, wir kriegen diesmal aber alle Blumen! Wir haben alle Dinger hier! Blumen? Oh mein Gott! Kackelobock! Der guckt immer die ganze Zeit dagegen! Wo bin ich denn? Ach, ich war tot! Stopp! Soll ich ihn freilassen? Oh shit! Mach ihn tot! Oh fuck! Der walt! Der hat mich umgebracht! Bleib stehen! Das will ich! Ich hab den Boden weggehauen! Da oben ist irgendwas! Siehst du das? Kommst du da hin? Spuck mich mal dahin! Pfff! Okay! Bringt nix! Du bist gestorben! Toll! Egal! Es geht weiter! Hier ist wieder ein Kackelobock! Oh fuck! Ich hab den Boden wieder zerstört! Und du bist... Fuck! Ich bin reingefallen! Da kommt noch so ein Kackelobock! Oh oh! Warum ist die Teil Kackelobock? Wo steht der Kackelobock? Weiß ich auch nicht! Der Name ist toll! Guck mal! Hier ist was! Noch eine Blume! Guck mal jetzt haben wir vier! Ne wir haben eine vergessen! Wir sind echt scheiße schlecht! Ne aber du mitspielst! Oh! Hey! Da muss ein Boll knall... Ah! Kackelobock! Kackelobock! Ich hab ihn umgebracht! Ich nicht! Hörst du's mal auf damit? Da oben! Du bist gestorben! Hä? Wieso bin ich da schon wieder gestorben? Weil du unfähig bist! Was ist das denn für ein Kacke-Spiel? Das ist voll süß! Nein! Nein! Guck mal da geht auch richtige Action! Siehst du das ist so... Das ist die Zeitlupe! Ja wir spielen nächstes Mal Modern Warfare irgendwas! Ich hab keine Ahnung! Modern Warfare? Modern Warfare wie die Kacke heißt! Was ist das denn? Ja Call of Duty! Weiß ich auch nicht wie die heißen! Ja Call of Duty heißt das doch! Connor Stripe! Connor Stripe! Connor! Connor! Von Assassin's Creed der Connor! Von Detective Conan! Ne der hieß Conan! Wir können da jetzt mitfahren! Nein! 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 Ja ok ich fahr hier unten mit! Ist in Ordnung! Ich leb hier unten! Oh das ist der Gepiehkorn! Überlebe! 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 Einfach noch zwei Sekunden länger! Das Cocklebock ist tot! Wir dürfen das Ding nicht kaputt machen! Ups! Das habe ich kaputt gemacht! So jetzt bleibt da einfach! Wo sind wir denn? Hey! Wir sind auf dem Boden! Ihr Säcke! Oh! War ich das? Ja! Ne! Das gibt dir die Schuld! Guck mal jetzt geht die Dice rein! Und das war jetzt schon! Ah! Wir können sehen wie doof wir waren! Wir machen jetzt selbst wieder nicht normal! Diesmal rennen wir einfach! Ah! Shit! Warte! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Guck mal eben zu wie du stirbst! Ah! Oh! Ich sterb bitte nicht! Oh Mann! Hör mal bitte! Au! Lass mich das dann bitte machen! Weißt du? Die Leute denken jetzt nicht einfach nur wie behindert wir sind! Okay! Ich denke ich stehe! Da! Ah! Springen! So! Lauf! 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 Nicht den Cocklau-Bock! Ah! Ich bin umgebracht! Super! Und jetzt? Nix! Da war das so schwer! Ja! Guck mal die ganze Wolle! Und ich hab sie alle! Guck mal jetzt müssen wir auf denen hier nicht drauf springen sondern lang laufen! Oh! Und nicht so schnell! Ja ich hab sie vor! Oh! Shit! Und jetzt? Das Cocklau-Bock! Da kommen wir aus der Wand raus! Hast du gesehen? Vermisst du einen Jungs! Oh! Da oben ist Bossgegner! Das stimmt! Das ist ein Bosslevel! Was? Oh! Ich hab's Glück noch genug! Oh! 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 Böse Musik! Bist du bereit? Ja! Einfach kaputt machen! Ja! Haben wir Glück, dass ich mir so viele gekauft habe! Ja! Hast du Glück! Irgendwie sehe ich gar keine! Was ist meine Wolle? Kannst du aber nicht lassen! Aber zum Glück habe ich schon was eingefädigt! Cool! 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 Das ist ein riesiger Cocklau-Bock! Der macht den jetzt groß! Neeeee! Oh! Der ist ja niedlich! Oh! Der ist fett! Ah! Hier ist er doch! Ich weiß gar nicht, ob wieder geht! Oh! Er kackt! Oh! Shit! Man muss es einfach so machen! Lass mal so auf seinen Kopf springen! Ist verständlich! Oh! Ich hab mich zu töten! Guck mal! Der kleine Cocklau-Bock da! Der scheiße Runde! Oh! Bin ich denn? Tot! Wieso hast du mich umgebracht? War nicht mit Absicht! Oh! Ups! Bad! Du kannst das Spiel wirklich gut! Ja! Warte mal, wo ich dieses Spiel spiele! Weil ich... Wir müssen Cocklau-Bock holen! Hier ein paar neue! Ja, das kriegen wir hier hinten auch! Ja! Kriegen wir! Woher? Weiß ich auch nicht! Hä? Ich dachte, wir sind jetzt schon im Zimmer! Nee! Alles normal! Ist das ein Scheiß! Oh fuck! Ist doch doof! Und noch einmal! Guck mal, der rast sich total aus! Gegen die Wand! Gegen die Wand! Gegen die Wand! Gegen die Wand! Und jetzt in den Obgrund! Oh man! Wie ist das Ding? Ich komm da nicht hoch! Ich will den Großen nicht haben! Ich will den Großen nicht haben! Da kommt kein Großer raus! Doch! Da kam ein Großer raus bei mir! Da kommt kein Großer raus! Da kommt kein Großer raus! Ich will den Großen nicht aufdrücken! Lass dich so oft drücken! Ich schmeiß extra Bälle weg, damit wir neue Bälle bekommen! Hopp! 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 Egal! Oh! Oh mein Gott! Ich verstehe! Ich habe neue Bälle! Oh mein Gott! Ich will den Abgrund! Neue Bälle! Soll ich warten? Ja natürlich! Oh Mann! Oh Mann! Du läst schon noch! Reicht ihr nicht ein Ball? Nein! Du hast auch gar keine! Doch! Ich habe 20 oder so! Na gut! Aber das dauert noch! Nein! Ich sammle noch! So jetzt kommst du mit! Nicht der Oberaufsprengen! Bist du bereit für den Ultimate Teamkampf gegen Cockleborg? Wollte ich gerade wieder einen auffressen! Hör auf! Oh Mann! Meine Bälle! Da oben war eine Wolle! Brauchen wir die? Haben wir alle? Nein! Brauchen wir die nicht! Toll! Ups! Ja! Selber Schuld! Ups! Stirb! Cockleborg! Cockleborg! Nein! Oh hier gab es doch die Hunde! Da! Dann kannst du weiter! Okay! Schafft wir das doch! Nein! Ja! Du hast nämlich das Maul! Ja! Spring doch weiter! Da bist du doch wieder! Toll! Und nix! Hier gibt's Leben! Scheiße! Ich denke immer noch nicht zu jucken oder? Nein! Guck mal da fliegen wir erst los! Überspringen! Minus! Jetzt hast du deine Bälle! Wir müssen Cockleborg aber einfach nur... Ich hab keine! Oh! Er macht Eierwurm! Die Musik ist cool oder? Geil! Können wir nicht mehr sagen! Du bist gleich tot! Ja nicht wahr! Er kackt grad wieder! Du musst einfach hier das Ding hier einsaugen da! Das Ding da! Das war eh! Die Schleife da! Einfach ablecken so! Die Schleife? Der hat seinen Bauch! So nach oben! Bleh! Pass auf! Er macht einen Arschbumpf oder sowas! Ah! Gekitzelt! Gekitzelt! Und jetzt auf den Kopf springen mit dem Arschbumpf! Ding! Ding! Da fliegt er wieder! Gekitzelt! Oh oh! Der Supertornado Twist! Oh ich mach heut tot! Oh der saugt uns zu sich hier so! da habe ich wieder diesmal an seinem pulli ganz nicht ganz an weißt du nicht sterben ich weiß nicht was er vor hat nicht sterben lebe noch gut da war der pulli ausziehen ich habe ihn auch gerade der kleine geschehen achten mehr aber gut liegt es auch ein gleiches und so ein roten Herzen anzuheben die Ambuli es kann nicht oder nö wenn man sie gar nicht so ist ich nie aber ich ja er er ist gefangen dreimal um es doch nicht ja auch nicht zu tun bitte. Ey, was hast du gemacht? Ist doch gut. Ich hab dir auch gespuckt. Warte mal, mach ich auch mal. Was machst du denn? Ups. Hallo. Ich wollte dich auch anspucken. Anspucken? Ja, so wie du es gemacht hast. Ja, ich kann das. Nur ich kann das. Warte. Sniping Skills. Oh, Mann, ich wollte ihn gerade... Ich hab ihn getroffen. Hörst du jetzt mal auf damit? Ja, treff ich doch einfach. Ja, treff ich nicht. So. Hast du ihn? Ne. Was macht er da? Ich bin tot, Mann. Hast du ihn errt? Aber du kannst nicht packen. Was ist denn der Fettsack? Bob! Cochle-Cock! Hör auf! Nein, 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 nein. Was ist denn leer TL? Ja, nicht mehr lange. Cochle-Bob macht wieder irgendwie Eiersachen. Ich вот einfach nur das Ding lecken. Oh, Gott, ist so eklig. Ja. Ich bin gestorben. Nein, nicht ständig ständig. Nein, nicht. Pass auf. Da kommt es nicht zu. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Mach ihn tot! Ja! Oh mein Gott! Und jetzt? So geht weiter. André, wir sollten in die Mitte laufen. Yeah! Tada! Tada! War so langweilig. Wir haben fast alles bekommen. Hör auf die Schokolade anzuhören! Guck mal rein, ob da Keks drin ist. Ist der Knugelcrunchy, ne? Weiß ich nicht, was das ist. Das ist Crunch! Das ist cool, sagst du. Ich mach da aber nicht jede Schokolade auf. Wieso? Die andere ist auch noch auf. Kann man die alles aufessen? Einen neuen Trickstall? Trick-Anstecker-Trickstall. Jetzt geht's in die neue Welt rein. Bogdaburg! Da ist die neue Welt. Eine Wasserwelt glaube ich. Ne, doch. Ne, ist doch kein Wasser! Was ist denn? Pfff! Brokkoli-Bell! Ich will, warte, ich muss eben den hier spielen. Regenburi-Yoshi. Oh, was ist das? Ne, du musst. Wollen wir noch ein paar aufnehmen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir schon haben. Ne, wir haben definitiv zu viel Zeit schon. Wieso? Wieso? Das sind die 20 Minuten, die wir jetzt aufgenommen haben. Ja, keiner mehr spielen. Noch ein Level? Oder meinst du noch ein Part? Ich will Gott. Machen wir noch ein Part. Das stimmt nicht ganz so lange. Dann, Leute, sehen wir uns als nächstes Mal wieder vor! JUSCHIS! Holy World! Im Brokkoli-Land! Brokkoli! Tschüss! Baum!